Wenn auch du zu den Leuten gehörst, die so eine DJI-Drohne haben und im Fall der Fälle eines Verlustes mit so einem AirTag ihre Drohne wiederfinden wollen, weil sie die da dran gehangen haben, dann muss ich dir sagen, dass das nicht ganz funktionieren wird. Warum das so ist, erkläre ich dir, denn der Kanal sollte dich ja hinterher immer ein klein wenig schlauer machen. Dazu musst du erstmal wissen, wie so ein AirTag funktioniert. Anders als bei GPS-Trackern ist tatsächlich im Apple AirTag viel weniger Technik verbaut, aber dadurch ist er so klein und so leicht und hält die Akkulaufzeit, also nicht eine Akkulaufzeit, ist eine Knopfzelle drin, locker ein Jahr. Hier ist Bluetooth drin, keine SIM-Karte, kein nichts. Apple-Know-How hoch 1000 ist hier drin, denn Apple hat sich überlegt, hey, wir könnten ja theoretisch das Kollektiv, ja, es gibt ja ganz viele Leute, die so ein Apple-Ding haben, nutzen und ähnlich wie bei den Borgs von Raumschiff Enterprise das Signal verschlüsselt über alle Geräte quasi wie so eine Art riesige Multi-Antenne nehmen. Das heißt, jedes iPhone an sich, jedes Apple-Produkt an sich, was das Signal von dem AirTag empfangen kann, dient als Mini-Antenne und leitet dann, wie gesagt, ja, verschlüsselt die Koordinaten, die das Gerät beim Finden mit dem Apple AirTag hatte, an Apple und an dein persönliches Gerät weiter. So, pass auf jedenfalls, unter der App, wo ist, ist ja, das kannst du ja sehen, hier der AirTag drin. Bist du also jetzt mit deiner Drohne in der Pampas und weißt tatsächlich nicht mehr, auch nicht über die GPS-Koordinaten deiner Drohne, weil die vielleicht kaputt gegangen ist oder kein GPS hatte, wo die Drohne auch nur im Umkreis von, naja, sagen wir mal, 30 Metern ist, dann hast du verloren. Der Apple AirTag schafft auf freier Sichtlinie, wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst, vielleicht 30 Meter Signalstärke, das ist halt das Ende von Bluetooth. Es funktioniert nur im Kollektiv gut. Hast du also die Drohne verloren, weißt, ich sage jetzt mal, auf 10 Metern genau, wo die Drohne ist, dann ist das gar kein Problem. Ton abspielen, dann gibt es halt so einen Ton oder du sagst hier suchen und wie du hier siehst, klar, je näher du bist, desto einfacher ist das. Siehst du das? So, aber je weiter du weg bist, je schlechter das Funksignal zu dem AirTag ist, desto weniger Chance hast du deine Drohne rein mit so einem Apple AirTag zu finden. So cool ich die Idee mit so einem Apple AirTag finde, bei meinem Absturz mit der Mini 3 Pro hätte das Ganze nichts gebracht, denn vom letzten verfügbaren GPS-Punkt ist, ja, oder wäre der AirTag tatsächlich 100 Meter weit entfernt gewesen und nur mit einer Rastersuche mit verschiedenen Apple-Geräten wäre es vielleicht möglich gewesen, den zu finden. Und, ja, du darfst ja nicht vergessen, wenn du auf eine zum Beispiel 250-Gramm-Drohne so ein Ding draufklebst, dann wird die Drohne noch schwerer als 250 Gramm, aber das Ganze weißt du ja, denn jetzt kommst nämlich du. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes, ein Abo, schräge Ideen, Kommentare helfen mir, Content zu machen, den die anderen vielleicht gerne gucken. Also schreibt es mal in die Kommentare und in dem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und stay tuned.